So, dann tob mal. Chico hat heute Besuch. Ja, die sind im Endeffekt schon ausgespielt. Ja, hallo, Ella. Guck mal, guck mal, wo er hinflitzt. Ja, Ella. Habe ich dir nicht gesagt, wo er hinflitzt? Nein, mach mal das mit dem Geschirr, das geht nicht. Heute haben wir Besuch. Nee, nee, Jessie, bleib da. Jessie, bleib da. Jessie, bleib da eh nicht durch. Oh, Alter. Jessie, hierbleiben. Ja, Ella, meine Süße. Hallo, mein Medilein. Ja, aber ich bin ja hier. Aber die würden das ja auch merken, oder? Ja, ja. Okay. Und Chico kommt regelmäßig einfach rübergeflitzt. Die wissen das von dem anderen Hund. Bitte? Die wissen das von dem zweiten Hund. Ja, ja, habe ich schon gesagt. Okay. Wir haben auch zwei. Ach, schön. Ja, ihr seid so groß, doch, ne? Ja, ihr seid so groß, ne? Ja, da bist du ja wieder, mein Dicker. Tja, Ella, was ist los heute? Heute hast du einen Haufen Männer. Ja, Junge, bist du zu groß zu, oder? Passt du nicht drunter durch. Super. Ja. Ja, er kennt ja so eine Lücke da hinten. Ja. Ja. Ja, ja. Komm, Tequila. Tequila, komm. Komm. Komm, Tequila, komm. Hier, komm. Komm, Stoffel. Kann ja nicht immer richtig sein, ne? Ne, obwohl bei uns gibt's, glaube ich, keine Löcher, hoffe ich. Der, am Anfang, ist der immer auf Strütteln gegangen. Da war der bekannt dafür. Ne? Scheißerchen. Ach, die Brüder. 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 Ach, das ist so schwer. Ach, die Brüder. Aber ich mag nicht ihr überhaupt leider nicht sehen. Erinnere ich mich nicht, ob wo wir nicht wieder reinkommen müssen. Ach, die Brüder. Ach, die Brüder. Ja, Ella. Ella ist meine Freundin. Ja, Ella. Wo ist die Brüder? Wo ist die Brüder? Aber sie ist ganz ruhig, ne? Ja, aber sie ist ja schon älter, sie ist sieben. So alt ist sie gar nicht, sieben ist sie. Ja, das ist sehr entspannt. Ich hab was in der Tasche, das kennt ihr nicht, ne? Ja, aber jetzt hab ich nichts mehr. Das reicht nicht, das sind echt so Miniatrotten. Aua! Ja, das ist so ein Miniatrotten. Und der Geld passt auch drunter durch. Ja, klar. Ja, der ist ja gerade wieder rausgefallen. Okay. Und woher kommt dieser Hansel? Was ist das für einer? Hansel, der ist auch in der Pereira, keine Ahnung. Okay.